Das ist mittlerweile natürlich Tradition, unser Fujitsu Partner Tag und ich freue mich, wenn ihr auch dieses Jahr wieder dabei seid, mit uns über Partnerthemen, Resellerthemen, Distributionsthemen diskutiert, aber natürlich auch über Innovationen, KI und die gemeinsame Zukunft. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns in Mainz auf dem Fujitsu Partner Tag.